Hi, ich bin Alex. Die Corona-Pandemie hat unser alltägliches Leben stark beeinflusst. Hygiene, Gesundheit und Sicherheit haben einen völlig neuen Stellenwert bekommen. Auch wenn bereits viel in dieser Hinsicht unternommen wird und wurde, gibt es immer noch einige Lücken und Schwachstellen in den Konzepten. So warten zum Beispiel auch bei einem simplen Einkauf zahlreiche Oberflächen mit möglichen Keimen auf uns. Hier kommt die clevere Lösung von Polyfilm ins Spiel. Wo viele Leute sind, da sind auch viele Flächen, auf denen sich Viren und Bakterien nur allzu gerne niederlassen. Die antiviralen Folien von Polyfilm helfen diese zu reduzieren, auch den Coronavirus. Zum Beispiel auf dem Griff vom Einkaufswagen, auf Displays und Automaten. Klappt auch bei zahlreichen Produktverpackungen. Es gibt unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Und natürlich sind die antiviralen Folien recycelbar. EC-Kartenlesegerät und Warentrenner. Richtig, alles hygienischer. Mehr Hygiene und mehr Schutz, auch beim Einkauf. Dank Polyfilm. Jetzt mehr erfahren auf polycare.com